Wir sind Ghosts. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich sehe einen Hauptmann. Es sind 15. Alter, es sind jetzt 15. Gut, was machen wir da? Siehst du den? Hast du den noch irgendwie? Ich hab den nicht so ganz. Den da? Bei mir ist er im Weg. Da ist irgendwas im Weg. Der Baum irgendwie im Weg. Nein, fast. Jetzt hab ich ihn. Aber wir wurden erwischt. Also zwei haben uns auf jeden Fall gesehen. Ich weiß auch nicht, wie sie uns gesehen haben, aber irgendwie haben sie es. Jetzt haben sie uns auf jeden Fall gesehen. Ja, wenn du schon sagst, wir wurden erwischt. Ich glaub schon, das rufen. Hier. Hier. Na, mach. Obwohl, ne, wir sind gar nicht. Aber ist egal. Kommst du trotzdem rufen. Hey. Von hinten auch noch? Wie kommen die von hinten? Ich hab die 25. Na, Stufe 25. GZ. Wie kann das auch nicht sagen, dass ich immer vor dir bin? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht hast du was privat mal gemacht. Oder du hast mehr Gegner getötet. Oh. Oh. Wahrscheinlich. Noch ne Granate! Wollte ich jetzt mal behaupten. Ist das nahtlegendste. Ja, warum sind die Rebellen hinter uns? Die bringen da sehr wenig. Weiß ich nicht. Komm, wir rein. Mörser feuert. Von dem. Stimmt, kannst du auch machen. Hab ich. Ach, du hast ihn gemacht. Ja. Mein Mörser. Mein Gartenfeuer. Gartenfeuer. Kein Wasserspringer. Nee. Ach, wie viel Arschschuss hat der überstanden? So, ich hab den Eingang gefunden. Mhm. Bombardier die noch ein bisschen. So, ich bin jetzt in der Nähe. Nur einer muss ja machen, ne? Beobachte mit der Drohne, ob irgendeiner bei mir in der Nähe ist. Weiß ich grad nicht. Nee. Der ist tot. Oh Gott. Oh. So. So, ich geh in die... Moment. Ich geh dann langsam rein. Jo, ich komm mal nach. Ich weiß aber nicht wo... Ach, hier ist der Eingang. Oder? Jo, hier ist einer. Rebellen, komm mit rein. Die sind gleich in der Kirche. Ja, ganz toll. Ja. Da verstecken sich oft Bibeln. Hab ich gehört. Ich kenn mich da nicht so aus. Mein Gegner ist noch hier. Ey, Rebellen, der rennt echt am Gegner vorbei. Ach, der ist über uns, der Gegner. Sagen. Ach, die Bibel. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Die Vermischung von Religion und Drohne sind echt fertig. Aber es ist clever. Ey. 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 Du Saftsack. Wegen der Bibel. So, nächste Mission. Da. Was hast du denn gesagt? Hast du viel Level? 25? Ja. Bin ich jetzt auch? Oder war ich auch? Wie warst du auch? Bist du jetzt auch? Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall 25. Ah, jetzt bin ich gerade gewahrt geworden. Jetzt bin ich gerade 25 geworden. Jetzt bin ich gerade 25 geworden. Wir haben ein Gruppe, das geht nach dem Feuer. Boah! Jetzt teaching das古. Huff. Was war das denn? Danke, einfach. Schmeiß dich nicht vor mein Auto. Aaahh. Ach die Mauern auslusten东ische! Wir werden diese. Schööööööööööööööööööööööki. Ich wurde auch runtergeschubst. Ich bin Gegner. Ich konnte mich nicht wehren. Ich bin einfach froh. Weiterfahre. Ich schubst dich und ergegnet er mich. Boom! Oh, toll. Der dachte wahrscheinlich, dass einer von ihnen, einer von seinen Kameraden und hat sie... ...hat ihm gerecht, dachte er. Ja, eigentlich bin ich einer von denen. Was? Wo bist du? Ich fahr immer weiter runter, ich wüsse auch nicht. Ich versuche wieder hochzukommen. Ich stehe aber nicht in meinem Let's Play Vertrag, da ich mit einem Verräter Let's Play. Übrigens habe ich letztens von meiner Cousine, die ist zwölf... ...ja doch zwölf Let's Plays Tipps bekommen. Was? Ja. Sie schneidet gerne Videos. Und guckt gerne Pandoya Let's Plays. Okay. Das hat mir dann Tipps gegeben. Ja, du solltest so zwei, drei Videos in der Woche machen. Nicht mehr. Wenn du das hier siehst, das ist nicht gewiss gemeint. Äh, ja. Nee. Oh, 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 oh. Wir machen das ja nur zum Spaß, ne? Ja, oh. Und weil wir damit Millionen verdienen. Machen wir nur zum Spaß. Zerstören Sie das Versteck. Fliegen gleich im Versteck. Ich höre irgendwann auch. War schon am Anfang? Warte, ich komme. Oh, scheiße. Alter. Wo kommst du denn her? Scheiße. Ich hab dich nicht gesehen. Der Köpp ist angeflogen. Alter. Kommt der da? Sorry. Ich mach's mit der Drohne. Geht schneller. Ich bin überfahren worden. Ui. Das ist ein grüner Nebel. Alter. Kommt der. Einfach angeflogen. Ich hab dich nicht gesehen. Müsst ihr, weil man doch dieses Zeichen hat? Ich bin tot. Oh, da ist er ja. Und nicht mal mehr. Oh, Werbebild. Äh, ja. Aber wir müssen einfach nur das Versteck machen. Wir müssen gar nicht die Gegner töten. Hu. Hu. So. Renn einfach außenrum vorbei. Ja, warum nicht? Sag mal, das wär echt lustig. Kommt der da einfach angeflogen. Wo warst du? Bist der überhaupt hergefahren? Hier, über den Berg runter. Hier sind eindeutig zu viele Helikopter in dem Gebiet unterwegs. Ich bin der einzige, der da fliegen darf. Das ist auch das Religionsding. Mhm. Oh, hier sind auch wieder viele Gegner. Jetzt kommt. Moment, ich probier mal mit der Drohne das kaputt zu machen. Jo, versuch's. Äh, wo ist das gesteckt? Wahrscheinlich unter der Erde, oder? Ein Versteck. Hehehe. Hehehe. Ah, hier ist der Eingang? Ein verstecktes Versteck. Ich beobachte deine Drohne, während sie versucht, das Versteck zu finden. Zweites Ziel da drüben. Der Eingang. zwei von mir selber weg. Da, kümmere dich um den Eingang. Ich mach die super Aufklärung, Diko. Mit dem sind's fünf. Seid markiert. Es sind zehn Ziele. Hier kann eine kleine Gruppe Zeit finder. Ich nehm die Drohne. Okay, ich habe versucht alles aufzukommen. Hast du den Eingang gefunden? Ne, ich muss einmal aus der Drohne raus. Ich habe diese Distanz nicht geschafft. Immer noch doof hier. Ach, da ist der Eingang. Wo? Ich habe ihn gefunden. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich habe jetzt keine Explosivdrohne. Ja, dann sag mal, wo du bist. Äh, links. Also rechts. Ach, ich sehe deine Drohne. Ich sehe gar nichts mehr. Ich muss näher ran. Also da, wo die Dreiergruppe zu sehen ist, bei dem LKW. Ja, ich muss näher ran erstmal. Hui. Hui. So. Weißt du, was ich mache? Ich gehe da mit der Drohne rein. Ja, wollte ich auch machen. Man muss aber schnell sein. Darfst ja nicht erwischt werden. Yep. Wirst du mich zerstören? Weiter? Ne, ne, weiter, weiter. Oh, ich muss mehrere Sachen zerstören. Ja, warte, ich schicke auch noch eine Explosivdrohne. Okay. Zeit und du schaffst das jetzt. Ha! Eins hast du geschafft. Ich mache den anderen. Eine Drohne. Das war eine geile Mission. Die denken, ich sprenge daran. Explosion! Explosionen! Der Feind macht irgendwas kaputt. Ja, die wissen gar nicht, wo wir sind. Aber wenn die jetzt wissen, wo wir sind, dann, äh... Ne, die laufen in die Mine. Die haben ja die Explosionen aus der Mine gehört. Ich sehe deine Drohne wieder rein. Ah, die ist kaputt. Aber die laufen alle in die Mine rein. Du musst natürlich warten und relativ schnell sein wieder. Warte, ich könnte die auch rauslocken. Mensch, bin ich nicht. Mach ein Ablenkungsmanöver links von uns. Also weiter links von uns. Die Reimen ab. Oh, hey. Tschüss. Nein, du erweigst mich nicht. Du erweigst mich nicht. Nein, mein Ruhig soll ich werden. Ich höre mir hier eine Ablenkung hin. Ihre Rebellen kommen und lenken Sie ab. Jetzt muss ich warten, bis sie da rauskommen. Ja, ich muss warten, bis meine Drohne wieder okay ist. Ah, da kommt einer hoch zu uns. Pass auf. Hast du die kaputt gemacht? Na, weil da Leute auf mich zugelaufen kamen. Pass du auf, ne? Ich bin jetzt gleich wieder in der Drohne. Ja, wir waren jetzt angegriffen. Ich will nicht in den Einzelschussmodus. Ich mache das weg. Na hoch. Ach, ne. Hoch ist was anderes bei mir. Ach so. Gut, links. Schaffst du das? Ja, ich schaff das schon. Ich schläge sie ab. Kümmer du dich da rum. Mann, ich glaube hier gegen alle Pfosten, die es gibt. Eine Sache noch. Ach, scheiße. Jetzt kommen sie von links. Von links, ich bin am Boden. Lass explodieren und lauf weg. Verlassen Sie das Versteck. Lauf. Ja, wir sind es sowieso. Meck, passt schon. Wir haben es geschafft. Wir müssen auch überleben. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ja, das stürzt ein, das Versteck, weil wir alles kaputt gemacht haben. Bis dahin sollten wir raus sein, aber du musst jetzt einfach nur noch weglaufen. Drei, zwei, eins. War die Musik voll geil eigentlich, ne? Hipp, Einsatz abgeschlossen. Einfach das mit der Drohne gemacht. Ja, warum nicht? Nur dafür haben wir die doch. Lass ihn in Ruhe. Ich kann schon mal das markieren. Hä, ich habe keine Zeit zum Wiederbeleben. Das ist aber seltsam. Warum kann ich... Oh, Gott. Oh, da. Oh, jetzt. Danke. Ich habe den Auto wieder. Jo. Aber hast du eigentlich jetzt eine Nebenmission wieder gemacht? Ich kann auch direkt die nächste Mission machen. Ja, würde ich jetzt eher machen. Ja. Söten Sie den Berater. Wird er ohne Atari um Verstärkung gebeten? Hä, das wollte ich gar nicht. Wie ist das jetzt? Wie weit sind wir denn hier reingerannt? Wir sehen mich. Dein Auto ist eh kaputt, glaube ich. Nein, mein Auto war ganz. Bisschen? Ich war nur kaputt. Ich war nur kaputt. Ja, das war's. Nachdem du so angesprochen kamst. Wie lang müssen wir wegen der Teamspeak-Aufnahmen? Das geht, glaube ich, 2,45 oder so. Ja, wie dauern wir zur Division, ey. Ja, weil wir uns über 3 Stunden aufgenommen haben. Waren das jetzt über 4 oder 5? Ja, 4,5. Das war ewig lang. Genau. Ist es eigentlich dunkel oder? Äh, dunkel. Hast du ein Auto? Ja, ich hab meins noch. Viel vor vor, ne? Ne, ich warte noch. Ja. Fahr, Helikopter. Ey, ich hab gar kein Licht. Ich kann das Auto leuchten, wenn ich gar kein Licht hab. Helikopter. Nun. Ups. Da gibt's neue Fahrzeuge. Danke. Du, du sagst immer was. Du bremst in dem Moment. Aber du, nee. Andersrum. Du, äh. Bremst. Und dann sagst du erst, oh, da ist was. Nee, das ist die Verzögerung wahrscheinlich im Spiel. Und dann sagst du erst, oh, da ist was. Ich hab das nämlich im gleichen Moment. Ja, er hat zur gleichen Zeit. Wirst du? Ich hab mir nur das Fahrzeug geschnappt. Oh. Was war das denn? Bist du noch am Leben? Ja, warum? Okay, weil hier eine Explosion war und ich dachte, du hast direkt hinter mir. Weil ich irgendwo drüber gefahren bin. BAM! Oh, man hat... Sehr gut. Jetzt hab ich ein Klappern wegen dir. Oder ist das dein Auto? Mein Auto klappert. Leer Pock, Leer Pock, Leer Pock. Du hast du dich ja kaffeein.